Der Rang 4er ist auch der beste Trapper, den man je gesehen hat. Wirst du ready? Achso, klar, willst du noch aufnehmen? Ja, ich bin schon voll in der Aufnahme drin. Ihr seid schon alle zu sehen. Warte, 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 warte. Go Streamer! Go! Oh, Adrenalin! Also, ich mach jetzt mal gleich Werbung von meinem Kanal. Ich seh jetzt grad ohne T-Shirt vorm PC. Nutz ich das gut an? Oh, Gott. Ohne T-Shirt? Das ist... Katastrophal, der. Was habt ihr da für's Lachen drin? Ja, genau. Ja, wir brauchen Punkte. Jemand will Punkte machen. Einer will Punkte machen, oder? Jemand will imaginäre Punkte machen. Ich bin nicht de-ranked. Ich zeig euch erst später, wer ich bin. Was? Trotz der Geister. Warte, ist das ne Aufnahme für YouTube? Ja. Genau, exakt, exakt. Sag dir, das wird unser Leben zerstört. Ich verlinke dich auch, ich verlinke dich auch. Ja, ja, wollte ich auch sagen. Das wird unser Leben zerstört. Ich bin ja jetzt abgehoben und so. Ja. Ich streame auch, man, ich mach. Ey, ich hab immer noch... Also, wenn ich jetzt gleich ins Game komm, und ich hab immer noch die gleichen Lacks, dann wär ich echt mad. Weil dann bin ich ja... Was bist du denn, Killer? Ich hätt schon mad. Ne. Genau. Ich bin zu weit, weil ich bug dann vom Killer weg. Könnte ich als erstes töten. Ich seh... Aber... Weil das hatte ich eh schon nie. Mein Ladebildschirm ist ja auch hier verpackt. Das ist auch FPS mäßig. Ist ein bisschen... Das liegt bestimmt daran, dass du nackig vorm PC hockst. Ja, genau. Das erkennt das Spiel. Das erkennt das Spiel. Bei Deadland haben das gesehen, haben sich so gedacht... Mhhh. Ja. Warum kann man als Killer eigentlich nicht schleichen? Es wird ungefähr. Das Video wird nur 5 Minuten gehen, weil du einfach ausschnecken kannst. Holy Shit! Die haben mich auch FPS-Lacks! Fick die Shit! Geil! Ich nenne das Video nackte Tatsache. Oh, Leck! 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 Okay, also... Ich bin nicht von Nutzen, Leute. Es tut mir leid. Ich kann mich mit meiner Map scouten. Oh, Hillybilly! Alter Schwede! Alter Schwede! Ah, der Kettensägen. Ich weiß nicht, ob ich die Skillchecks überhaupt hinten kann. Oder ich muss es mal testen. Ich will ja nix sagen, ne? Aber... Steht er hinten? Nein! 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 Oh, we failed! Was war das denn? What the fuck? Was war das denn? Jetzt bin ich Rang 4 mit sehr vielen Blutpunkten. Ich hab halt oft gewonnen. Ich entkomme! Du kriegst mich nicht! Oh, ich krieg keine Skillchecks. Noch am Schlapp! Du wirst mich nicht kriegen! Jetzt kann ich dich endlich aufheben, lol. Du kannst mal runterlassen! Ich kann laufen! Okay, jetzt kann ich nicht mehr laufen! Aber ich kann nichts machen! Aber es geht schon! Was war das denn? Den Skillchecks kann ich nicht treffen! No way! Ich kann nicht sagen, aber ich seh euch nicht! Hat er! Ich hänge schon gut, ne? Ja! Ich krieg die Skillchecks! Das geht nicht! Mit den Legs! Aber okay! Ich pack dein Spiel aus, wenn du mich hoffen willst! Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Lass ihn lieber in Ruhe! Oh! Blake! 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 Glaub mir, wenn ich hier nochmal runterkommen, lass, der erste hat ihn in die Abbau! Oh, da hält der! Ich hab dich gesehen! Wie meinst du? Das ist mich! Warum machst du sowas? Hör mal auf! Ey, ich bin... Der Duke-König! Aua! Null! Silex! DDoS! DDoS mich! Oh mein Gott! Diese Legs! Ich hab auch übel Legs! Ich kann nicht sehen! Was? Wo? 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 Ja! Das ist voll unfair! Ey, Cesar, ich glaub du bist auf dem Boden! Kann gar nicht sein! Ich hab den guten Eindruck! Ich spür's in der Stream Legs hart! Du DDoS mich! Ich seh nichts! Da ist der Killer! Hi, Killer! Nein! Das ist, das ist so unfair! Das ist... Jetzt hat er dich im Pornokeller aufgehangen! Das ist... Ich seh nichts! Lol! Läh! Wow! Ja, hoffentlich! Hoffentlich bin ich irgendwann rein... Okay! Resultate den Caesar! Ich kann nichts machen! Also, du... Astai! Er hofft nicht zu schlagen! Ich hab... Tu mir mal einen Gefeilen! Yay, der erste Generator. Tu mir mal einen Gefallen. Killer, Killer, geh mal kurz raus, wir gucken ob die Legs an dir liegen. Geh mal weiter weg. Geh mal weiter weg. Okay, der letzte, klar war, komm. Was? Wir hängen alle. Warum? Was macht der da unten? Warum kann ich euch nicht antun, das Leg zu kratzen? Wir haben alle Legs. Halt mich mal, wie das Legs. Ja, ich mach die Generatoren, ne? Ja, mach mal Bruder. Lass jucken. Okay, das sind alle tot. Oh, ich hab mich dem Killer gelehrt, auf einmal. Das ganze, ich bin nur noch so alle zwei Meter, ist ein Bild gekommen. So, wo ist die Luke? Also ich glaube, Komische Kettensäge. Ich glaube, Caesar kann nicht unseren Host machen. Wieso Host? Ich hab nichts zu machen. Ne, 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 ja nicht Caesar. Sektor. Was ist mit? Ich glaube, Sektor kann keinen Host machen. Doch, kann ich eigentlich. Ja, deswegen gewinnst du auch immer deine Killer-Games im echten Spiel, ne? Weil du den immer rauslegst. Bist du ein DDoSer. Ich kann nichts machen. Ey, ich muss mal stoppen, das sieht echt dumm aus hier. Warte mal. Könnt sein, weil ich den Stream noch anlaufen habe. Das geht nicht aus. Ich hab das jetzt mal ausgemacht. Also ich sag mal, das sieht echt dumm aus hier. Alter. Wirklich alles war okay, der Killer kommt in meine Nähe und dann... Aber genauso wie es bei Caesar aussieht, so sieht es bei mir auch aus, ich glaube. Aber das alles war cool. Bis er kam. Ja, ja. Es war ein bisschen wie... Das war wie mein Dings-Jump. Richtig krass. Das war die lustigste Runde, meine Dings-Jump. Der Caesar, 17 Samira. Es leckt ein wenig. Ja. Ein klein bisschen. Rang 4. Ein paar Punkte ausgegeben. Kann mir einer sagen, wo die Luke ist? Die öffnet sich erst, wenn du Minimum einen Generator gemacht hast. Du musst... Ich hab einen Generator gemacht. Du musst zwei. Ach, zwei? Ja. Easy. Aber ich geh mal... Ich geh mal auf Zuschauen bei Klavern. Ja, du hast grad was Tolles verpasst, muss ich sagen. Du hast grad was Tolles verpasst. Der Caesar hat ja gar nicht den Klaver ins Namen, ne? Ja, nicht viel zu Reinhardt. Nicht viel. Ich bin am überlegen, Trudette hochzuleveln. Trudette? Ja, wegen dem hier. Hast du eine Frau? Hast du schon Teachable Care-Axopter? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich die anwende. Ja, du... Die erscheinen dann automatisch in einen Skilltree von den anderen Leuten. Sag mal, probierst du grade deine Kettensäge aus? Ja! Was? Sag mir, wie die geht! Du kannst ja mit Sprinten, das ist ja nice. Also wenn du mich frontal triffst, dann bin ich sowieso tot schon, ne? Ich glaub, ich werde mit den Perks, die ich mit Make-Up Rang 1 easy. Weil die sind zu gute Perks. Geh, den Level, äh, links. Ich glaube hoch. Aber erst wenn ich eine Million Punkte hab. Die Kettenfuck! Ey, das ist... 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 Geh! Weißt du was? Weißt du was? Ich bin jetzt mal nett. Ja, du ziehst doch in die Länge! Komm, häng ihn auf! Komm, häng mich auf! Häng mich auf! Pass auf, pass auf! Ähm, ähm, nehm ich mal... Das ist der YouTuber! Nehm ich... Nehm mich mal hoch, Schmeiß mich runter und dann rennt Frontal mit deiner Kettensäge auf mich zu. Es geht gar nicht, du musst aufladen. Achso, ich dachte, wenn du mich hochnimmst und wunderschmeißt, dann kann ich wieder laufen. Noi! Lass dich ja mal kurz liegen, ich versuch mal raus. Okay! Die Steuern hochgeschnitten. Muss denn hier in Harten? Such kurz in Harten. Ja, du bist der Killer, das musst du wissen. Ja, ich seh das nur, wenn ich dich hochnehme. Achso! Ja, dann nehm ich Huckepack. Das hättest du gerne. Das ist einmal gut. Hahahaha! Dann nehm ich dich mal gerne. Mit deinem Wiggel-Hack. Hahahaha! Du musst schon wiggeln. Achso! Hahahaha! Wiggel, 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 wiggel. Dann machen wir das jetzt mal als Experiment. Weil ich hab das nämlich noch nie gesehen. Was? Du stirbst? Du stirbst? Wieso sterb ich sofort? Wieso sterb ich sofort? Hahahaha! Weil alle tot sind. Achso! Okay, gut. Ja, schöne Runde, Jungs! Ja. Wollen wir nicht alle lecken, oder? Ihr habt eure Qualitäten super gezeigt. Hahahaha! Ey, Klauber! Mach du den Killer! Können wir mich mal, dass Klauber wird, ist der Killer! Komm! Klauber hat's bei dir geleckt? Nö, bei mir hat's überhaupt nicht geleckt. Siehst du? Siehst du, Klauber macht uns Killer? Wir nehmen alle unsere schlechtesten, äh, Überlebenden, weil Klauber... Wenn ihr schon eure Perks seht, da hab ich keine Lust, einen Killer zu spielen. Ne, Klauber hat noch nie Killer gespielt. Ey, ich bin hier, da wird 20 Killer. Hm, hab alle gerichtet. Echt? Ich darf nicht meine Mac spielen, aber ich hab da so coole Opfergaben. Ne, wir sind alle unsere schlechtesten. Dann nehm ich die Perks einfach raus. Das heißt, äh, ich geh jetzt einfach raus. Ja, die Perks kannst du rausnehmen, das geht. Genau, und dann nehm ich die Opfergabe aber. Ja stimmt, ich hab meinen Killer noch überhaupt gar nicht gelevelt. Aha! Ich hoffe, dass jetzt auch die Legs wechseln. Also wie gesagt, bei ihm hast ich gedacht. So, dann klick mal, ähm, tötet deine Freunde, Klauber. Ich joine rein, mit dem können alle anderen joinen. Pfff, raus hier. Werde mich nochmal... Auf hier hab ich noch keinen Perk. Aber ich bin besser im Jugen. So, okay, das erste Mal Killer. Ich bin gespannt. Das ist richtig eklig, sag ich dir nur. Bist auf der Kettensägen. Sprint! So, ich guck jetzt mal überhaupt auf meine FPS-Lex jetzt wegzunehmen im Startscreen. Und zum Beispiel das Rally noch mal probieren. Kann ich dir denn überhaupt nachzunehmen? Ja, ja, sind weg. Ja, also du kannst jetzt mit mir nachzunehmen. Hier, wir treten sie doch mal. Bin ich jetzt mal drauf belastet? Nein, ich trete da drüber. Ich muss ja nicht joinen. Ich spiel jetzt mal den hier. Dann spiel ich den hier. Den Dwight. Na, wieso? Ich werd's so verkacken. Hab ich irgendwie das verlangen? Ja. Ohne, komm, wir machen wir ohne Opfergaben mit neuen Follower. Ohne Opfergaben, neue Follower, keine Items. Hier, keine? Für dich? Richtig, richtig Winde. Wie ohne alles, oder was? Ohne alles machen wir jetzt ja. Ich weiß, dass dieser einen Perk auf Claudette hat. Das hab ich schon gesehen. Ne, hab ich nicht. Doch, doch, Claudette. Nein, hab ich nicht. Ich hab's ausgemacht. Ja, du trullst. Ich hab's ausgemacht. Ich vertraue dir nicht mehr, nachdem du mal gesagt hast, mach, du kannst ihn runternehmen, ich kenn dich nicht. Kannst du mich dann auch nicht machen? Ja. Ich will aber Claudette nehmen, die ist so dunkel. Ja, die braune Frau. Ich geh aufgrund, ich bin Dwight, ja. Ich bin ein Nerd. Aber Dwight ist so mexikanisch dunkel. Boah, los, jetzt geht's los. Lasset die Spiele beginnen. Lassen wir doch jetzt einfach mal sehen, wie weit wir ihn zum Rage Sprit kriegen können. Ich muss erstmal gucken, wie ich den spielen kann. Drei Tasken genommen, wir können ja von Zips gehen. Also, ne. Wir werden's eh gleich hören. Das ist geheim. Wir werden's eh hören. Wenn du gleich mir hinterher läufst, ne, ich würd's sein lassen. Ich kann jetzt leider nix sabotieren. Wollen wir ein Mobbing-Team machen? Wir rennen zum Killer und rennen zum... Hahahaha. 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 Okay. Bis irgendwer stirbt, dann dann weg. Und die Map, okay. Die ist gar nicht schlecht. Boah, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, ohne Sprint zu spielen. Zum Juken ist recht. So, wie funktioniert das jetzt? Hahahaha. 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 Kann ich, kann ich, kann ich irgendwas... Oh Alter, das ist so... Ich fühl mich so nacken ohne meine Percs. Hallo, Kuckuck, bist du hier auf dem Berg? Ja, man sieht dich ja als Geist, auch wenn du dann umhank willst, nur so. Ja, ja. Das, 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 das... Oh, ich hab den Berg vergesst! Das knacken, Bruder, da unten ist der... Alter, geh weg mit dem Ding da! So, ich werde es dir bitte was zeigen. Ich werde es mit absoluten Skillcheck bauen, damit du das mal gesehen hast. Jetzt weißt du, wo wir sind. Alle? Ja, alle. Äh, schön! Da unten, da unten ist der, der läuft an uns vorbei. Guck mal, ich hab den Berg, rechts, rechts von dir. Hinter dir, nicht in die Hütte rein. Ist ruhig. Okay, das. Na scheiße, ich muss ja was gedrückt halten, verdammte Arten. Hallo? Da laufen die Team-Fall. So. Oh mein Gott! Autsch! Ich werde kein Elektriker. Geh weg, geh weg! Wolle ich mir hinterher! Was hab ich dir getan? Boah, das lag jetzt bei mir übelst, ey. Ja. Ja. Mach den. Torn fertig. Wir gehen alle zum Killer. Alle zum Killer. Jetzt träum dich. Ja. Hier zu mir. Hier. Hier zu mir. Hier zu mir. Hier zu mir. Aua! Hier zu mir. Hier zu mir nichts. Hier zu mir nichts. Boah ey, meine Frames. Ich hab's. Wuuuuh. Baby, hit me one more time. Du kannst ihn schlagen, du kannst ihn schlagen, du kannst ihn durchschlagen. Durch Fenster kannst du schlagen. Aua! Komm rüber, komm rüber! Hinter dir! Hinter dir! Aua! Hier! Hebe ihn auf! Hebe ihn auf! Hebe ihn auf! Hebe ihn! Aua! Boah, das ist so eine Frameschnein. Okay Leute! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hey Thomas! Geh runter in den Keller! Geh runter in den Keller! Geh runter in den Keller! Nein, in den Keller! Warte, du wirst dir kein Feind legen! Was? Warum? Leckt das jetzt grad hier so? Nein! Wo läufst du hin? Alter, das leckt... Das ist so unfair! Das ist so unfair! Er ist wieder an den Beinen und wir lassen Coco sterben. Oh! Noi! Hallo! Coco hat sich frei gewählt! Was ist das für Zauberrei? Geh hin! Oh, er kommt wieder! Ich bin... Ah! Ich bin... bei dir ganz knackig. Oh mein Gott! Oh nein! Ich bin hinter dir! Guck her! Ich bin hinter dir dann! Nein! Heil euch! Ja kommt her! Lasst mich euch heilen! Alter Leute! Willkommen zu Duke City! So wie mache ich das jetzt? Anhängen! Scheiße! Eine Sekunde! Eine Sekunde hat gefehlt! Easy Boys! Hielt mich! Hielt mich! Na der Haken gefällt dir? Ja! Der ist schön! Hielt mich! Ja ja mach ich! So meine Freunde! Es gefällt dir was von dem Mann angefasst zu werden? So vorlaut! Ah hier ist auch noch ein Generator! Kommt ihn befreien! Ähm campen ist das beste ne? Jaja ich weiß! Hallo! 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 Nein! Nein! Geh doch weg! Mann! Nein! Nein! Das legt so eine verfickte Scheiße! Das ist so unfair! Das ist so unfair! Das ist so unfair! Das ist so unfair! Mit Aus! WMT! Mit Aus! Es fliegt! Alter wie die Schmalz fliegt Alter, sag mal Das ist so Was ist da? Ich hab gedacht, das klappste da nicht. Was? Warum? Das ist gerade... Übel Buggy. Ich seh den Haken nicht mehr. Der leckt dir durch die Gegend. Oh, Alter. Wir können den blocken. So, Ziel erreicht. Ihr anderen könnt... Ne, der hing ja noch gar nicht. Ich kann den nicht. Verpiss dich doch! Leute, ich kann ihn auch nicht runter. Ja, der geht doch noch runter. Ich kann ihn doch nicht. Ey, meine Punkte! Ich schnapp mir die Punkte. Hallo. Na, häng ich dich auf. Hatte ich dich schon mal? Alter, der wird das gewinnen, ne? Weil der hat sich gerade den aufbringt. Ricardo, hallo. Du brauchst nicht versuchen, hier den Haken zu... Ne? Das funktioniert so nicht. So. Ich hab dich nicht verarscht. So. Ich hab dich nicht verarscht. So. Kann den nicht heilen, doll. Ja, wo ist er denn? Da. Er geht zu einem anderen Haken. Wie er mich, Alter. Na, jetzt... Warum? Ja, los, 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 los! Ne! Ah! Ah! Was ist denn das? Ey, da hinten sind glaube ich welche. Ganz ruhig, auch ein Killer hat hier Priorität. Da hinten sind welche. Dann fährt sich der Schlacht. Warte, ich hab gerade hier... Und ich füge ich. Ich musste lachen. Alter. 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 Alter... Ich kann zu sterben. Nein! Er ist jetzt tot. Nein, ich bin ja. Noch, noch. Sag mal wieviel von euch, Jake Parks, muss ich noch umhauen? Weil du mich gerettet hast! Ey, du brauchst deine Hauchmuskeln drin, ehrlich. Ich kann hier noch so magisch reden. Dauer! Soll ich öfters kurz? Nein! Das ist echt nicht nett! Warum? Wie krieg ich das? Wie krieg ich das? Scheiße! Das macht einfach die Scheiß-Generator und lass ihn ja spielen. Weil alles verlenkt ist. Wir werden mit nochmal von YouTube aufmachen. Ja, da geht er! Ah! Und... Ja, wir kennen den Killer. Also ich nicht. Doch, ich jetzt. So! So! Ja gut, ich würde mal sagen. Ja hallo mein Freund! Das ist das Koko! Hey! Bis neu hier! Alter! Ist mir so warm! Und mir tut die Butt um mein Bauch! Das gibt's gar nicht! Ist das normal, dass man nicht richtig gerade laufen kann, wenn der Typ wickelt? Ja! Ja! Oder leckt das? Okay, gut! Hä, wo ist das denn? Ja! 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 Das hat mal nie geklappt! Das war so geil, dass ich den Haken voll ich blockt habe! Was? Oh, ich wünsch mir sowas bei nem Matchmaking! Der Cheezer ist schon tot leider! Guck mal, hier sind schon Zuschauer, die Interesse haben, wie heißt der YouTube-Kanal? Das wird nicht verraten! Da ist Klabertv! Oh, das wird ne Hammerfolge! Ey, halt dich! Hallo Riccardo! Oh Mann, ich tue mich nicht! Manche überzeugt mit Gameplay, manche mit Skill und manche mit Entertainment! Ey! Hallo! Geil! Du wirst mich! Das ist einfach nur... Oh, das ist so geil! Ey, warte! Ich bin auch fast klar! Das ist toll! Mann! Scheiße! Ich bin schooll! Was ist denn die ganze Generation hier? Ey, Klapper! Ich bin auch wieder... Alter! Kann ich mich mal heilen? Das geht! Kann sich meiner Hirn schon die Runden zählen? Alter! 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 Boah! Ich kann nicht mehr! So scheiße warm! Kann mich jetzt mal beheilen? Könnt ihr das... noch gewinnen? Ohja, warte ich mach... Ich mach mal ein paar! Gute Idee! Ich frag mich was die Leute denken, die kurz so zuschalten sollen! Alter, ist das Mob-Ihring? Was sind das denn für Mobber? Die denken sich nur erstmal hier reporten. Melden. Dabei gehst du nie in deinen Klock rein, ich verstehe nicht das Klopfen. Weil der Terror-Radius geht nämlich auf Null, wenn du uns kloppelst. Ach so? Ja, dann hören wir dich nicht mehr. Ich glaube der ist im Terror-Radius. Nee. Hey, kannst du mal Schutzschritt bieten? Nice. Äh, jetzt hat er's noch von mir abgelassen. Will immer noch hier. Hallo? Der damit in Gefühle ich halt. NOOOOO! NO FUCK! Soll, Sektor, nice. Einer noch. Da hinten, da hinten. So, ist denn hier so ein Scheiß? So, ist denn hier so ein Scheiß? So, ist denn hier so ein Scheiß? Riechst du das Mikro, oder riechst du das? Du musst den Body blocken, Body blocken, ich bin tot! Wie der da rumzappelt. NOOOOO! Ich bin tot! So, ihr anderen können fliehen. Ich hab meinen Haupt-Opfer. Ich hab meinen Haupt-Opfer. So. Ach, du viel getreut! Ich wollte dir nichts sagen, ich hab dir nur gefragt. Ich wollte dir nur mal so sagen, aber du wirst die ganze Zeit verfolgt. Alles chillig. Okay. Oh, hallo! Oh! Null! Warte mal, liegst du jetzt? Das ist es. Toto leckt voll rum. Toto leckt voll rum. Toto! Toto leckt voll rum. Warte mal, ich hab den B-Rank. Ich hab den B-Rank. Wir haben alle über 10.000 Punkte. Das war ich. Doch, du hast 12.000 Punkte. Echt? Ja. Echt? 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 Ne? Weg zuоло! 100%! Ich würde vielleicht sagen, 75%! Echt? Und die hier ist so am rumstoffen. Köon war richtig! High hard. Echt? 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 Ist in insights! Echt? Echt? Du kriegst mich niemals! Es ist immer lustig, wenn man in Teamsteam kommt. In Teamsteam weiß man schon, was passiert. So, der Lust war jetzt wieder. Ja komm, ich geb dir die Chance. Warte raus, bringst du um die Wand, bringst du um die Wand. Den kriegst du, komm den kriegst du. Den musst du kriegen. Das ist die Falle. Hier, komm her, komm her, schnell. Wie der am Rumpacken ist. Ich seh ihn doch nicht. Na klar, bei mir läufts gerade das Team. Ja, ganz gut. Passt das. Jetzt hat Toto auch mal seinen Spaß, wenn das... Diese böse Lade. Der spielt danach nie wieder Killer, das sag ich euch. Das mag sein, ja, das ist richtig. Der Toto, der leckt hier, holy shit. Ja, deswegen krieg ich den auch nicht. Wie hast du denn gerade die Kiste aufgemacht? Richtig verzweifelt. Weg, 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 weg. Der nimmt alles mit, der nimmt alles mit. Geht doch mal zum Ausgang, Mädels. Ich will es dir, ne? Guck mal, bei mir leckt das nicht, kein bisschen. Bist du, das ist ein Bug-User. Wir haben alle einfach scheiß Internet und PC. Boah, bitte. Bitte, Toto, mach es. Oh, komm mal, da ist mehr. Mach es. Hallo. Hallo. Komm, geh und kissen. Nice. Bitte blende mich. Nein! Shit. War aber knapp, ne? Wollte ich noch spitzen. Oh, lol. Ich guck hier, ich guck hier Toto ins Team zu. Warum rennt ihr da nicht zu? Zum Ausgang. Du warst schon, er ist am anderen Ausgang. Tschüss. Tschüss, Mädels. Ja, nice. Ich hab, ich hab Corona drangekriegt. Wollte ich nicht. Mehr wollte ich nicht. 20.000, was hast du gemacht? Was hab ich gemacht? Was, bei mir hat es gerade angezeigt, Spielergebnis, knallharter Sieg? Boah, Alter. Ja, weil du 2 gekillt hast, das ist ein Kerl. Okay, ich hab Selbstlosigkeit 8.000 Punkte, Tapferkeit 8.000. Der hat 20.000 Punkte gemacht, der Killer. Ja, nice, ne? Der ist echt guter Killer, ne? 22.000 Punkte. Boah, Alter. Normalerweise hat ein Killer im Schnitt zwischen 10.000 und 12.000 Punkte. Ja, er hat uns auch die ganze Zeit angehittet und aufgehangen. Nein, 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 das war Skill. Ja, das glaub ich auch, dass das Skill war. So, ich geh mal zurück in die Lobby. Dann, ähm, ja, würd ich denken, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall bei, äh, warte mal, warum hab ich jetzt... Ist grad einer rausgegangen von euch? Ja, sie ist rausgegangen. Ah, ja, der Streamer, ja. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Der ist jetzt schon, ähm, rausgegangen, weil er Angst vor mir hat. Und muss eindeutig daran liegen. Und... Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.